Jungs wisst ihr was wir machen müssen müssen jetzt einfach ich helfe ihnen Trabi dann probier dich von außen zu holen hinter mir rennen auch noch zwei oder drei Stück lang kann nicht viel helfen wenn es wenn ich jetzt oft ich renne raus das ist eine komplett offene Fläche die rotzen nicht weg ich hab mir die irgendeine Hocktieren komm Nils ich will dann noch eins stehen sehen lasst uns leider noch kurz weißt du wie viele sind kannst du mir das sagen könnten nur noch drei sein komm runter du Lappen du Waschlappen exakt sechs stück sind das die sache einen hast du geschossen richtig ergibt es nicht sehr schön sehr schön hier ich liebe dich scheiße ich liebe dich für deine Sprüche geil die Schnauze jetzt ist er tot geil gut woher 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 ich